hallo zusammen und willkommen zu diesem video heute mal für euch im test das canon 15 35 super weitwinkel zoom objektiv aus der neuen l serie für den rf mount und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Passend zur neuen R-Serie von Canon gibt es natürlich auch für den neuen RF-Mount eine neue Serie an Objektiven. In dem Fall die neue L-Serie. L-Serie, Profi-Serie von Canon, erkennt man sehr gut hier vorne an dem roten Ring umlaufend ums Objektiv. Ich habe hier für euch getestet das 15-35mm Weitwinkel-Zoom-Objektiv Offenblende 2.8, also sehr sehr lichtstark und derzeit mit einem Preis von um die 2200 Euro. Ist nicht gerade ein Schnäppchen, das heißt gerade wenn ihr überlegt euch doch ein so hochwertiges Objektiv zuzulegen, kann es Sinn machen sich das Ganze vielleicht vorher mal auszuleihen. Wie zum Beispiel bei meet-dein-objektiv.de. Da habe ich euch auch dieses Objektiv freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen, um es für euch mal zu testen. Das heißt, wenn ihr überlegt, kauft euch ein hochwertiges Objektiv, testet es mal, leitet es euch mal für einige Tage aus. Und dann könnt ihr am besten feststellen, ist das Objektiv was für euch? Lohnt es sich hier, sein Sparbuch wirklich mal zu schröpfen, um sich ein tolles Objektiv zu holen? Nicht vergessen, wenn ihr im Warenkorb seid, dann meinen persönlichen Rabattcode mit angeben. RICOBEST FOTO. Und dann gibt es nochmal 10% auf euren Mietpreis. Und 10%, die kann man auf jeden Fall mitnehmen. Was erwartet euch jetzt bei dem L-Serie Objektiv? Ganz klar, eine hochwertige Verarbeitung, eine mega scharfe Abbildungsleistung und das Ganze ist noch spritzwasser- und staubgeschützt. Was ist neu am Objektiv? Es ist neu auf jeden Fall das Design. Denn wenn ich mir das Objektiv jetzt anschaue, dann ist quasi ein fließender Übergang zum Kamerabody. Hier bei mir Canon EOS R hergestellt. Designtechnisch muss ich sagen, gefällt mir das Ganze sehr gut. Wenn ich mir hier den Vorgänger, das 16-35mm, anschaue, dann hat man hier so ein bisschen so ein Oldschool-Design. Das hat man völlig verworfen. Es ist komplett neu designt worden und muss sagen, es passt auch sehr, sehr gut wirklich optisch zur neuen R-Serie. Aber das allein ist natürlich nicht ausschlaggebend. Wir haben jetzt zusätzlich spendiert bekommen für das Objektiv einen Fünf-Stufen-Bildstabilisator. Finde ich sehr gut, war am Vorgängermodell nicht vorhanden. Das heißt, ihr könnt jetzt auch bei etwas schlechteren Lichtverhältnissen verwackelungsfreier fotografieren. Dann haben wir auch im Design quasi sehr gut untergebracht den entsprechenden Brennweitenring und den Fokusring. Was mir allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so gut gefällt bei dem neuen Design, ist, dass beide Ringe sehr, sehr dicht beieinander liegen. Du hast quasi keinen Zwischenraum und mir ist es schon passiert, dass gerade als ich auch unterwegs war und Milchstraße mit fotografiert habe, beziehungsweise als ich im Dunkeln fotografiert habe, mich dann hier vergriffen habe. Denn intuitiv ist das Ganze leider nicht mehr so richtig. Wenn ich hier die Brennweite verstellen will, kann es schon mal passieren, wenn ich eben wirklich im Dunkeln stehe, dass ich hier dann den Fokusring erwische und andersrum genauso. Ist mir tatsächlich so passiert. Bei dem Vorgängermodell war es anders. Da war nämlich ein entsprechender Zwischenraum hier und da wusste ich genau, okay, hier verstelle ich die Brennweite, hier ist mein Fokusring, zack, konnte ich mich nicht vergreifen. Das Ganze hier, ja, es liegt sehr, sehr dicht beieinander. Dann haben wir noch einen dritten Ring, ganz typisch, klassisch jetzt für die neue L-Serie und zwar ist es der Objektiv-Funktionsring. Wofür ist der da? Da könnt ihr nach belieben Funktionen eurer Kamera drauflegen und zwar ISO, Blende oder Verschlusszeit. Das Ganze bei euch im Kameramenü und dann könnt ihr entweder über diesen Funktionsring jetzt die Blende, den ISO-Wert oder auch die Verschlusszeit steuern. Hat seinen Vorteil, ich finde ihn gut. Nicht alle mögen den, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nett. So, gewichtstechnisch. 840 Gramm erwarten euch, ist kein Leichtgewicht, ist aber denke ich für die Brennweite und die verbauten Gläser völlig angemessen. Dann haben wir einen sehr, sehr leisen Nano-USM-Motor. Das heißt, der ist nicht nur extrem schnell, extrem treffsicher auch, muss ich ganz klar sagen, sondern er ist natürlich auch quasi geräuschlos. Zum Film eignet er sich damit also auch perfekt, denn du hast keine Geräusche. Wenn du zum Beispiel ein Richtmikrofon drauf hast, hast du keine Geräusche vom Objektiv mehr. Was erwartet euch bei der Bildqualität? Bildqualität L-Serie erwarte ich natürlich ein durchgehend gestochen scharfes Bild. Auch das ist so, kann ich euch sagen. Die Erfahrung habe ich mit dem Objektiv machen können. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass ich bei Offenblende 2.8, tja, bei 15 Millimeter, so in den Rändern, doch schon eine leichte Abnahme der Schärfe verzeichnen konnte. Zumindest war es so auf meinen Fotos. Es ist nicht super gravierend, aber es ist vorhanden. Wenn ich mein Foto auf 100% vergrößere, dann sehe ich, dass zu den Rändern hin die Schärfe hier leicht abfällt. Ist nur bei Blende 2.8 so. Wenn ihr ein bisschen abblendet, wird es natürlich wieder knackscharf bis in die Ränder. Aber finde ich es wichtig, sollte man wissen. Eine zweite Sache bei der Offenblende ist hier, tja, etwas, was ich eigentlich weniger erwartet hätte. Und zwar bei 15 Millimeter Brennweite habt ihr bei Offenblende 2.8 eine wirklich deutliche Vignettierung an den Rändern. Finde ich ein bisschen schade, hätte ich so auch nicht erwartet. Die Vignettierung bleibt auch. Selbst bei Blende 4 ist sie noch vorhanden. Bei Blende 8 ist sie dann verschwunden, aber im unteren Blendenbereich, also wenn ihr sehr offenblendig fotografiert, Blende 2.8, Blende 4, ist sie definitiv vorhanden. Ist kein Problem. Heute zum Beispiel in Lightroom ist das ein Klick und dann ist natürlich diese Vignette völlig verschwunden. Aber sie ist da, muss man wissen, beim Fotografieren. Liegt auch nicht an der Gegenlichtblende. Es ist wirklich die Vignette, die hier entsteht beim Fotografieren durch die Offenblende. Kommen wir gleich zur Gegenlichtblende. Die ist natürlich mit im Lieferumfang enthalten. Ihr habt beide Verschlussdeckel mit bei. Und es kommt natürlich hier dieser, tja, was ist denn das? Wildlieder? Ich würde sagen, es ist wildleer. Wildlederbeutel, auch ziemlich schick. Passend natürlich zum Design. Den gibt es dazu. Finde ich auch wichtig. Müsst ihr nicht extra kaufen. Könnt ihr euer Objektiv dort sicher verstauen. Tja, ihr Lieben, Canon EOS L-Serie mit der F-Mount 1535. Ein wirklich sehr, sehr gelungenes Objektiv, muss ich sagen. Gibt es gar nichts dran zu meckern. Das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, ist wirklich diese sehr weit zusammenliegenden, sehr weit zusammenliegenden ist ja Quatsch, also sehr nahe zusammenliegenden beiden Fokusringe und Brennweitenringe. Das ist das Einzige, muss ich euch ganz ehrlich sagen, was mich ein bisschen an dem Objektiv stört. Wenn ihr jetzt überlegt, kaufe ich es mir, kaufe ich es mir nicht. 2.500 Euro oder besser gesagt 2.200 im Moment, je nach Anbieter, ist natürlich schon ein bisschen Geld. Dann mietet es euch zum Beispiel mal bei miet-dein-objektiv.de. Könnt ihr es in Ruhe testen und probieren, ob ihr die gleichen Probleme hier habt oder nicht. Ich hatte sie. Ich finde es ein bisschen blöd. Ich hätte mir einen kleinen Zwischenraum gewünscht, aber gut, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. So, ansonsten habt ihr wirklich ein sehr, sehr schönes Objektiv. Offenblende 2.8, wie ist die Abbildungsleistung gerade im Bereich Bokeh? Denkt man ja immer, Mensch, Offenblende 2.8 kriegt ein schönes Bokeh. Das stimmt auch soweit bei 35 Millimeter, zeige ich euch mal hier. Wir haben im Übrigen eine Naheinstellgrenze von 28 Zentimeter. Das heißt, das ist der Mindestabstand zum Objekt, den ihr braucht, damit ihr scharf stellen könnt, damit ihr scharf fokussieren könnt. Bei 35 Millimeter, Offenblende 2.8, haben wir ein schönes Bokeh. Gehen wir auf 15 Millimeter. Da sieht es natürlich schon ein bisschen anders aus. Wir können auch hier nicht dichter rangehen an unser Objekt. Auch das war die Mindestabstandslänge, die ich hier gewählt habe. Und dann haben wir ein leichtes, nettes Bokeh im Hintergrund. 35 Millimeter, sehr schön, sehr weich. Ihr könnt schön freistellen. Bei 15 Millimeter könnt ihr da allerdings nicht so viel erwarten. Ansonsten eine wirklich durchgehend sehr gute Abbildungsleistung. Autofokus funktioniert hier wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut. Immer treffsicher. Tja, es gibt eigentlich nichts dran auszusetzen. Hätte ich auch nicht erwartet bei einem Objektiv der L-Serie. Vielleicht überlegt ihr ja jetzt tatsächlich, dieses Objektiv für derzeit 2.200 Euro euch zu kaufen. Dann verlinke ich es euch natürlich unten nochmal in der Beschreibung. Oder ihr überlegt, Mensch, will ich es jetzt kaufen? Will ich wirklich die 2.200 Euro von meinem sauer verdienten Geld ausgeben? Dann mietet es euch vielleicht mal. Ich verlinke euch das Ganze natürlich auch hier bei miet-dein-objektiv.de. Könnt ihr es in Ruhe testen. Oder ihr sagt, ich brauche es vielleicht sowieso nur 2, 3 Mal im Jahr. Da fahre ich in Urlaub. Da will ich tolle Landschaftsfotos machen. Super weitwinklig. Auch da muss man es sich nicht unbedingt kaufen. Und dann steht es den Rest des Jahres im Schrank. Sondern einfach mal mieten. Ansonsten, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein wirklich tolles Objektiv. Ich finde auch den Preis 2.200 Euro. Wirkt jetzt erstmal viel. Ist aber durchaus angemessen. Auch in Hinsicht auf die Tatsache, dass er natürlich keinen Adapter mehr braucht, um hier an den RF-Mount zu kommen. Tja, vielleicht hat der ein oder andere von euch ja schon dieses Objektiv. Dann lasst mir gerne mal eure persönlichen Erfahrungen in Form eines Kommentars unter meinem Video da. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, die kleine Vorstellung hier vom 15-35mm Weitwinkel-Zoom-Objektiv für den Canon RF-Mount aus der neuen L-Serie. Dann lasst mir gerne für das Video einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.